Pflaster Verlegespezialist Optimas blickt in diesem Jahr auf 35 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Auf der Nordbau 2013 zeigt der Hersteller deshalb die Verlegemaschine H88 als Limited Edition, von der zum Jubiläum 35 Geräte hergestellt wurden. Wir haben also bei dieser Maschine folgendes. Wir haben also einen luftgefederten Sitz eingebaut. Dadurch, dass wir die Kabine bei dieser Maschine separat aufgesetzt haben auf Gummipuffern, ist also die Vibration sehr, sehr gering gehalten. Wir haben die Möglichkeit, die Maschine mit Allrad auszustatten, was also auch sehr gut im Markt ankommt, weil es doch immer wieder vorkommt, dass wir auf Baustellen doch mal durchs Gelände fahren müssen. Und das ist natürlich eine große Unterstützung. Optimas bietet zwei Greifsysteme für die Verlegemaschine an. Es gibt zum einen das altbewährte, das ist unser Multi-6-Greifer. Der hat also sechs einzelne Arme, die einzeln aufgehängt sind und ganz speziell eingepasst werden können an jede Steinlage. Das ist also das gängigste Modell, das ist unser Multi-6. Wir bieten aber auch seit zwei Jahren mittlerweile an unseren sogenannten Easy-1-Greifer. Der hat im Grunde genommen einfach zwei Klemmleisten und der Mitte einen Zylinder und ein ganz einfaches System, was eben für sehr einfache Steinmaterialien ausreichend ist. Aber für den Normalkunden gerade im deutschen Markt ist doch der Multi-6-Greifer der richtige Greifer, weil da hat er wirklich alle Möglichkeiten, sich auf alle Steinsysteme optimal einzustellen. Und das ist unser Multi-6-Greifer.